Hallo zusammen, Glenn hier, da sind wir wieder mit dem zweiten Video aus der Reihe Pro Tools Megabasics und heute zeige ich euch, wie ihr eure Stimme, nachdem ihr sie aufgenommen habt, grundlegend bearbeiten und freischneiden könnt. Im vorherigen Video haben wir hier eine Recording-Spur erstellt, die man übrigens auch gerne mal rot färben kann. Da klickt man hier links auf den Rand und macht die einmal rot, passt ja ganz gut zur Aufnahme. Und ich habe jetzt hier mal fiktiv einen Text eingesprochen. Mit fiktiv meine ich, den habe ich gerade nicht eingesprochen, das ist ein älterer Job von vor ein paar Jahren. Da habe ich einen Imagefilm für den Deutschen Saatgutverband gesprochen und diese Aufnahme habe ich jetzt reingeladen. Wir stellen uns vor, ich habe es gerade aufgenommen und eingesprochen. Wir hören einmal rein und dann zeige ich euch, wie man die Stellen, wo nicht gesprochen wird, freischneidet. Lassen Sie uns alle mal auf den Boden zurückkommen. Denn unmittelbar unter unseren Füßen ist er unser kostbarstes Gut. Knapp und nicht vermehrbar. Okay, das ist die typische Imagefilm-Stimme. Und was man nach so einer Aufnahme machen kann, ist die Stellen, wo sowieso nicht gesprochen wird. Also hier zum Beispiel, dass man diese Stellen auch wirklich freischneidet, wegschneidet. Dass man hier keinen Hintergrundrauschen hat, keine Atmer hat. Wenn man an der Straße wohnt, könnte hier vielleicht noch eine Sirene oder ein vorbeifahrendes Auto oder sogar eine Straßenbahn sein. Das werden wir alles eliminieren und ich zeige euch einmal, wie wir hier schnell vorgehen, um das freizuschneiden. Als allererstes möchte ich euch einmal das Smart-Tool von Pro Tools erklären. Das Smart-Tool setzt sich aus drei verschiedenen Funktionen zusammen. Wir haben hier einmal das Trim-Tool. Damit kann man einen Clip links und rechts auf- und zuziehen. Das ist also wie ein Schnitt. Dann haben wir das Selektionstool. Das sieht aus wie ein Cursor. Und damit kann man eben gewisse Bereiche selektieren. Und wir haben ein Grabber-Tool. Das zeigt uns die Hand. Damit können wir einen Audio-File verschieben und bewegen. Jetzt ist es total nervig, wenn man für jeden dieser Arbeitsschritte immer das entsprechende Tool auswählen muss. Wer schon einige von meinen Videos gesehen hat, weiß, dass ich es hasse, viel rumzuklicken. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es hier ein Smart-Tool gibt, das man aktiviert, indem man hier oben auf diesen Rahmen klickt. Jetzt sind alle drei Tools blau markiert. Und was jetzt passiert ist, alle drei Tools sind gleichzeitig verwendbar. Wenn wir uns in der oberen Hälfte dieses Audio-Clips befinden, haben wir also den Selektor. Wenn wir in die untere Hälfte klicken, haben wir das Grabbing-Tool. Und wenn wir einen Clip von links oder rechts auf- und zuziehen wollen, können wir das auch machen. Das heißt, je nachdem, wo sich unsere Maus befindet, ändert sich auch das Tool. Ist anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig, aber ein absolutes Muss, wenn man seine eigenen Aufnahmen editieren will. Das müsst ihr euch auf jeden Fall aneignen. Ich würde die Finger davon lassen, immer das entsprechende Tool auszuwählen. Das kann man sehr einfach lernen und dann seid ihr einfach wirklich wesentlich schneller. Man kann auch noch ein viertes Tool oben draufsetzen. Und zwar, wenn man oben links oder rechts in die Ecke eines Audio-Clips klickt, dann seht ihr hier eine Schraffierung. Und diese Schraffierung könnt ihr in den Clip reinziehen und dann erstellen wir einen Fade. Einen Fade-In. Sollte auch klar sein, was das ist. Ich zeige es mal eben. Lassen Sie uns alle mal auf den Boden zurückkommen. Es wird lauter. Oder entsprechend leiser, wenn man das jetzt von rechts machen würde. Und da sehen wir schon den ersten Edit-Move, den ich gerade gemacht habe. Ich habe einen Schnitt gesetzt hier. Und zwar habe ich einen Bereich ausgewählt mit meinem Cursor und die Taste B gedrückt. Wenn ich jetzt mal woanders hinklicke, sehen wir, hier wurde ein Schnitt gesetzt und jetzt kann ich hier auch den Audio-Clip auseinanderziehen. Machen wir das nochmal alles rückgängig mit der Taste Y. Nachdem das klar ist, zeige ich euch, wie man jetzt die Stille freischneidet. Und zwar gehe ich immer gerne hin, markiere den Bereich, den ich nicht haben will und drücke jetzt einfach X. So kann man ganz schnell händisch Stille oder beziehungsweise auch Atme wegschneiden. Wem die Ansicht hier zu klein ist, der kann auch auf den Tasten R und T rein- oder rauszoomen. Und dementsprechend kann man hier noch genauer hingehen. Und Stille wegschneiden. Zack. Da wird man sich auch irgendwann dran. Da wird man dann vielleicht ein bisschen schneller. Okay. Haben wir hier schon mal so ein bisschen was freigeschnitten. Jetzt gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Und zwar, angenommen, wir wollen alles links von diesem Audio-Clip wegschneiden. Jetzt kann man hingehen und das markieren und X drücken. Mach es nochmal rückgängig. Oder, was ich ganz häufig im Studio gerade bei Synchronarbeiten verwende, ist die Shortcuts A und S. Was die machen ist, A schneidet alles links vom Cursor weg. Also ich klicke jetzt hier genau vor meinen Audio-Clip, drücke A und alles links davon bis zum nächsten Schnitt wurde entfernt. Das gleiche kann man auch andersrum machen. Ich habe jetzt hier rechts einen Schnitt vor meinem Audio-Clip und möchte alles rechts vom Cursor entfernen. Drücke ich S und das gleiche, nur spiegelverkehrt ist passiert. Auch super. Noch einen kleinen Tipp, wie man schnell identifizieren kann, was man rausschneidet und was man drin lässt. Also, ihr kennt das selber, beim Hörbuch, Hörspiel sprechen oder auch gerade beim Synchron werden Atma natürlich drin gelassen. Man möchte ja diesen menschlichen Effekt haben, aber vor allem in der Werbung, auch Imagefilm oder Voice-Over schneidet man die Atma raus. Da gehören die nicht rein. Atma kann man in der Regel ganz einfach erkennen. Denn erstens finden sie immer zwischen Worten statt und Worte kann man ja hier schon deutlich erkennen. Die großen Spikes der Wellenform, das sind ja offensichtlich gesprochene Sätze und ein Atmer findet immer dazwischen, vorher oder nachher statt. Also wenn wir uns mal hier diesen Clip anhören. Seine Fruchtbarkeit ist wie Licht. Dann wäre hier in der Regel wahrscheinlich ein Atmer. Beziehungsweise ein Anatmer für das nächste Wort. Und den kann man sich anzeigen lassen, indem man die Wellenform vergrößert. Das kann man machen, indem man hier oben auf dieses Symbol klickt, hoch oder runter. Dann wird es kleiner oder größer. Wer ein Scrollrad an seinem Daumen hat, an der Maus, kann auch Option drücken und dann scrollen. Und dementsprechend kann man auch die Wellenform größer oder kleiner anzeigen lassen. Und hier ist nochmal ganz wichtig zu sagen, es wird jetzt nicht lauter oder leiser. Es ändert sich lediglich die Anzeige, wie die Wellenform dargestellt wird. Und ihr seht schon, wenn es klein ist, sieht man hier zwischen fast keine Details. Wenn ich die Wellenform jetzt aber vergrößere, kommt einiges zum Vorschein. Wie zum Beispiel ein Klicker, den wir gar nicht brauchen. Hier auch. Hier fädet noch irgendein Wort aus. Da wird wahrscheinlich angeatmet. Man muss die Wellenform nicht immer so groß machen. Es reicht, wenn sie ungefähr so groß ist. Alles dazwischen wird man wahrscheinlich sowieso nicht hören. Aber gerade am Anfang, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, empfehle ich wirklich, macht die Wellenform richtig groß und schaut euch an, was man hier überall noch an Audiomaterial findet. Und dann versteht man auch genau, was der Tontechniker von einem will, wenn er sagt, ja ein bisschen sauberer oder setzt den Atmer bitte von dem Wort ab und nicht direkt nach dem Wort einatmen. Denn wir Tontechniker müssen dann entsprechend den Atmer versuchen zu schneiden, ohne dass das Wort stirbt. Und das ist ganz toll. Manche Sprecherinnen und Sprecher machen das. Die atmen erst einen Moment nach dem Wort. Sieht dann zum Beispiel so aus. Das Wort wurde zu Ende gesprochen und dann wird erst ein oder aus geatmet. Ist alles Technik, kann man aber ganz gut umsetzen und vor allem den Tontechnikern damit helfen. Gut, wir vergrößern die Wellenform und hören einmal, was hier an Störgeräuschen anfällt. Hier höre ich schon etwas, da ich mit relativ viel Druck spreche, habe ich bei dem Wort Luft die Stimme etwas zu früh gedrückt und man hört einen kleinen Artefakt, einen kleinen Laut. Ja, hier. Das höre ich. Das ist ein Halsgeräusch, völlig normal. Das kommt eben, wenn man nah am Mikrofon ist und mit Druck spricht. Das würde ich jetzt markieren und wegschneiden. Ebenso wie diesen Teil hier nach. Markiere ich und schneide ihn dann auf der Taste S weg. So, und so kann man jetzt durchgehen und hier schon mal weiterschneiden. Luft oder Wasser? Ja, das ist in Ordnung. Die Grundlage für die Landwirtschaft der Zukunft und damit für unser Wohlergehen. Also man sieht, hier habe ich schon relativ sauber aufgenommen. Hier fallen gar nicht viel Störgeräusche an. Wenn ihr jetzt einen Studioraum habt, der etwas mehr Nachhalt bzw. eure Sprechtechnik vielleicht auch noch gar nicht so sauber ist, dann macht es mehr Sinn, hier den Atmer wegzuschneiden. Oder ihr gewöhnt euch direkt an, nach dem Wort nicht direkt einzuatmen. Okay, wir wissen also, wie man Audio-Material schneidet. Entweder auf A, das schneidet alles links vom Cursor weg. S, das schneidet alles rechts vom Cursor weg. Oder ihr markiert einen Bereich und drückt X, das schneidet eben genau diesen markierten Bereich weg. Oder ihr klickt eine Stelle, drückt die Taste B und trennt somit das Audio-Material in zwei verschiedene Clips. Dann habe ich noch einen Profi-Trick für euch. Und zwar könnt ihr auch einen Bereich markieren. Wenn ihr sagt, wir wollen nur diesen Bereich haben und alles links und rechts ist kann weg, könnt ihr auch Command-T drücken. Und das schneidet alles drumherum frei, außer das, was ihr markiert habt. Ist am Anfang nicht so wichtig. Am wichtigsten ist Markieren und X. Man spricht auch vom Weg-Xen. So, wenn wir jetzt Schnitte gesetzt haben, müssen wir schauen, dass wir auch Fades setzen. Habe ich vorhin schon mal gezeigt. Also Fade-Ins und Outs. Seine Fruchtbarkeit ist wie Licht. Diese Fades schützen uns davor, dass Pro Tools nicht versehentlich Klick- und Pop-Laute wiedergibt. Denn das kann ab und zu sein, wenn man hart schneidet und zum Beispiel einen Atmer wegschneidet, wie hier. Dann werden Klick- und Pop-Laute generiert. Angenommen, ich schneide einfach hier rein. Dann sieht man schon, oh, die Wellenform ist ja mittendrin abgeschnitten. Und wenn wir das jetzt wiedergeben, haben wir sehr wahrscheinlich einen klitzekleinen Klick-Laut, der nicht sauber und gut ist. Luft. Man hört ihn in dem Fall kaum, aber trotzdem empfehle ich hier auch immer ein Fade-In oder ein Fade-Out zu setzen. Und somit garantiert ihr, keine Störgeräusche zu haben. Jetzt merkt ihr schon, wenn ich jetzt jeden einzelnen Audio-Clip händisch faden muss. Es geht zwar relativ fix, aber über eine Session, die eine Stunde geht, dauert das echt lange. Und es gibt einen tollen Shortcut. Und zwar könnt ihr den Bereich, den ihr faden wollt, markieren und dann Command-F drücken. Und dann kommt das Fade-Menü. Mit diesem Batch-Fader könnt ihr allem aufgenommenen Audio-Material Fade-Ins, Fade-Outs und sogar Cross-Fade mitgeben. Das heißt, wir drücken einfach OK und dementsprechend wird überall automatisch ein Fade gesetzt. Super praktisch. Wir zoomen mal hier in den Clip rein, auf die Stelle und sehen, hier wurde ein kleiner Fade gesetzt. Ebenso am Ende davon. Und das muss ich also nicht mehr machen. Jetzt noch eine ganz wichtige Sache. Angenommen, wir wollen anfänglich hier einen langen Fade-In haben, aus irgendeinem Grund, als auch einen langen Fade-Out. Wenn ich jetzt wieder mit Command-F diesen Batch-Fader aufmache und dann OK drücke, werden meine Fades überschrieben. Und das ist ja blöd, dann ist unsere ganze Mühe umsonst. Ich mache das nochmal rückgängig, öffne das Fade-Fenster und entferne jeweils die unteren beiden Häkchen. Was das macht ist, alle manuell erstellten Fades, also so wie die beiden hier, die werden jetzt nicht überschrieben, sondern nur die Stellen, wo vorher kein Fade war, da werden jetzt Fades gesetzt. Super praktisch. Denn wenn wir uns Mühe gemacht haben und jetzt Fades setzen, bleiben diese erhalten, plus neue werden generiert. Ja, dann geht er durch eure Aufnahme durch und wenn ihr etwas Übungen darin habt, könnt ihr sogar während des Playbacks die Aufnahme schneiden. Und Zwischenfrüchte sind unsere Hauptkulturen. Vorausschauend investieren wir im Zeitalter der industriellen Landwirtschaft unser Können in die Biodiversität. Und ganzheitlich bis ins kleinste Detail kombinieren wir heute modernste Technologie mit 100-jähriger Erfahrung und bieten Forschung. Erfahrung am Ende. 100-jähriger Erfahrung. Ah, da hört man noch einen Mundlaut. Erfahrung. Na ja, schneide ich noch mehr weg. Ich zeige euch das einfach mal, wie das jetzt so in Realtime aussieht. Mit 100-jähriger Erfahrung. Wunderbar. Und bieten Forschung. Züchtung. Der Rest versendet sich, da kommt ja noch Musik drunter. Forschung, Züchtung, Produktion, Beratung und Vertrieb aus einer Hand. So kann man ungefähr dann die Aufnahme durchgehen in Echtzeit. Die Leute, die mit mir schon im Synchronstudio gearbeitet haben, kennen das. Man wird mit der Zeit relativ schnell, sodass dann eben das Voice-Over-Talent im Aufnahmeraum nicht lange warten muss auf den Tontechniker, der dann in Echtzeit die Stimme editiert und vielleicht sogar synchron setzt. Das sind so ungefähr die gängigen Shortcuts, die man sich drauf schaffen muss, um eben eine Spur freizuschalten. Und ja, wie es jetzt gleich weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Bis später.